In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Textbausteine aus einer Excel-Tabelle oder CSV-Dateien in PhraseXpress importieren können. Hier haben wir eine Excel-Tabelle, die in einer Spalte Autotexte beinhaltet und in einer weiteren Spalte die dazugehörigen mehrzahligen Textbausteine. Zunächst müssen wir diese Excel-Tabelle in eine CSV-Datei exportieren. Wir klicken hierzu auf das Startsymbol, wählen Speichern unter, Andere Formate und wählen dann aus dem Dateityp CSV in Klammern Trennzeichen getrennt aus. Ich wähle als Speicherort für dieses Beispiel den Desktop und speichere die Datei als CSV-Datei. Die Excel-Datei können wir nun schließen. Zur Überprüfung klicke ich mit der rechten Maustaste auf die gerade exportierte CSV-Datei und wähle Bearbeiten, um den Inhalt der Datei anzuschauen. Sie sehen also hier zuerst die Autotexte, die dann durch ein Semikolon durch den Textbaustein getrennt wurden. Okay, diese Datei können wir in PhraseXpress verwenden. Die einfachste Möglichkeit ist, die CSV-Datei hier in den Textbausteinbaum hineinzuziehen. Und dann wähle ich Zeilenweise als separate Textbausteine importieren. Und es öffnet sich nun der Import-Dialog. Und hier muss ich nur noch angeben, in welcher Reihenfolge die Textbausteine und Autotexte sich befinden. Es ist also so, dass die Artikelnummer der Autotext sein soll. Also wähle ich zuerst Autotext, dann das Trennzeichen, was in diesem Fall das Semikolon ist. So, und sobald ich das Trennzeichen eingegeben habe, dann kann PhraseXpress das in dem richtigen Format importieren. Und Sie sehen in der Vorschau, was gleich importiert wird. Okay, mit Klick auf OK erstellt PhraseXpress einen Ordner mit dem Namen der Textbaustein-Datei, den ich natürlich nachträglich hier noch ändern kann. Und hier sehen wir alle Textbausteine mit den entsprechenden Autotexten. Fertig. 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 Fertig.